Ja, hallo, Konstantin Kuhli hier. Wir sind beim 54. Bundeskongress der jungen Liberalen in Oberhausen und ich freue mich wahnsinnig auf den 7. Mai, denn da findet die Landtagswahl in Schleswig-Holstein statt und die FDP sollte dringend mit einem starken Ergebnis in den Landtag einziehen, weil sie dafür steht, dass wir zwei Dinge unter einen Hut bekommen, die für junge Menschen zentral sind, die für junge Menschen wichtig sind. Und das ist eine generationengerechte Haushaltspolitik. Wir brauchen weniger Verschuldung und wir brauchen eine Priorität für Bildung. Es ist die Folge schlechter Politik, dass wir eine hohe Staatsverschuldung haben und es trotzdem nicht hinkriegen, dass die Schulen vernünftig ausgestattet sind. Wenn es danach geht, wer die höchsten Schulden hat, hat die beste Bildungspolitik, ja, dann müssten die Rankings im Ländervergleich anders aussehen und deswegen ist es eine Frage der Priorität von Generationengerechtigkeit und Bildung. Dafür ist die FDP der richtige Ansprechpartner und ich freue mich wahnsinnig auf den Wahlkampf in Schleswig-Holstein und kann nur dazu aufrufen, Vote FDP!